Spinnen. Naja. Kann sich E-Pomben. Farm, 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 Farm. Jupp. Warte, hast du. Ich hab keinen Bock, dass ich despawn. Okay. Das liegt schon so lange da unten, seitdem ich hier oben bin. Und ich weiß nicht, wie hoch die despawn-Rate hier ist. Ach, hast du mit mir hin? Einmal kurz. Jetzt hab ich den ja aus. Ja. Ich glaub despawn-Rate ist Standard. Also 5 Minuten. Ich bin locker 5 Minuten schon hier oben drauf. Okay. Ein paar Minuten länger. Ist halt bei den großen extrem scheiße hier. Mhm. Weil du eigentlich erstmal kein Ende siehst. Ja, ich weiß. Ja. Zack, zack. Mal kurz bauen. Ja. Boxen verballerst du hier oben auch, wie nix gut ist. Ich glaube 3 Stück reichen erstmal wieder. Finally. Ja. Weißt du mal. das kommt back ja geschafft geschafft noch nicht ganz hängen noch ein bisschen dunkel das ganze die musik gefällt mir momentan musik gerade du bist du hast es mal wieder nein habe ich nicht hehehe keine Fresse Tauber doch da müssen wir mal genug Stein haben eigentlich mal ein Stein mehr also wir haben jetzt fast dreieinhalb sechs Swings ja reicht doch hehehe ja aber wenn du diese Siebedinger machst dann sind sie schnell weg ja aber was brauchst du die momentan? für die Siebe ja obwohl zwei Siebe reichen eigentlich schon nicht ohne geil so aus dem Baum habe ich 32 Setzlinge bekommen das haben wir ne äh Monsterkiste oder so da die lasse ich mal so wachsen die hier die drei ohne zu pupsen ich habe das dabei ah Schlangen egal dann kann ich mich nämlich nur auf einen konzentrieren wenn die anderen wachsen dann vermittelt werden ja ja irgendwann 90 warum habe ich rausgekommen oh ich habe 38 die Strings darum dann ne so los kompostiere schneller schneller so fertig 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 komm kompostiere schneller fertig soo hier 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 es hier 2 werden ihre die zeit dass ich ein stein sich lohnt wenn man sowieso nur das hat doch nicht schon dass alles so viel material immer was alles so viel material momentan ja wir brauchen ganz viel setzling und ganz viel holz umso schneller das geht und umso schneller haben wir das auch ich habe noch eine holz ja aber nehmen die mal trotzdem mal kaputt so ein kleines problem warum zwei knochen mehr zu wenig zwei knochen mehr zu wenig deswegen habe ich ja eigentlich die ecke mal gelassen so gerne da weil der man das glättere zum export ist alles gut so heißt was den jetzt mal kurz brennen so die gut da rein und da hat sich da auch mit reiben so jetzt brauchen wir halt trotzdem dass wir gesteigen ich weiß dass man kein holz kompestieren kann holz also stämme ja ich weiß ja was du meinst ja klatsch klatschkopf du klatschkopf 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 hups hupen an denn pfeff denn pfeff das ist so ein pfeff ein richtiger dünn pfeff dünn pfeff dünn pfeff dünn pfeff dünn pfeff Ok kaputt alles geht kaputt schon scheiß wenn alles kaputt geht es geht kaputt alles geht kaputt aber bei dir nicht mehr da habe ich einen an mega einer klatsche aber so kennt man mich nur nein ich bin wirklich ein sympathisch netter mit schon sehr ruhiger ja glaubt er mir nicht nein frage ich dir auch nicht das ist echt nicht nett ne ich weiß automatisch gewachsen was für eine rotze rausgekommen ist automatisch gewachsen alter hast du die gerade angefurzt alle ich wollte doch dass sie automatisch wachsen ich brauche selbst die länge ich brauche selbst die länge dann sollte der grund so gut standen ich bin doch hier kein kein unternehmen hier doch aber wir dürfen leute kostenlos die bäume anpupsen super 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 gut ja kurs der bau um gewachsen ist natürlich ein großer bets bonne spart setzlinge waren setzlinge waren und wenn ich erde muss halt langsam mal wieder regnen auch dass sich die bürger als erstes vorher nein alle bürger füllen sich verdammt werden doch mehr haben müssen weil ich ihn nicht so viel brauchen ja es hätte mindestens einer mehr stehen müssen was da drin gewesen wird schon mal wieder regnen kaputt geht durch lauheit aber trotzdem was dabei machen kann ja so lange durch laufe einmal kaputt geht und du laufe einmal transportieren kannst kannst du eine koppelsturm fahren bauen ich hoffe du weißt wie man eine koppelsturm fahren noch baut ich weiß nicht wie man eine zweiteilige koppelsturm fahren baut dass man zu zweiter dran kann kann brauchst du nur lava von oben runter fließen lassen dann kannst du es auch an vier stellen machen ja es reicht eigentlich jetzt nur eine stelle ja wenn du dazu zwei stehst und am kloppen bist es ist ja ein bisschen effektiver dafür gibt es diese form ja aber von zwei ist besser gewesen immer ich würde auch definitiv ein clay bucket mit mindestens ein auf jeden fall machen wo wasser dauerhaft drin ist falls das mal nicht regnet oder kann man unendlich wasserquelle machen ja kann man eigentlich dass sie es ausgestellt haben nein nein das kann man sobald wir das haben ist ja schon jackpot ja deswegen braucht man eigentlich nur vier mit wasser drin ja gut es reicht noch drei aber vier ist immer noch besser was wer willst nein vier quellen das was eine große quelle hat ja gut du kannst erstmal eine 2x2 machen und dann kannst du die einmal automatisch erweitern dann ja 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 Vielen Dank.